Musik Heute Abend, meine Damen und Herren, stellt sich hier im Olympiastadion die erfolgreichste Fußballmannschaft der Sowjetunion vor. Dynamo Kiew ist zugleich die sowjetische Nationalmannschaft. Dynamo-Trainer Valery Lobanovski zugleich sowjetischer Nationaltrainer. Nach dem sieglosen Fußballjahr 1974, als Deutschland Weltmeister wurde, wurden alle erstklassigen Spieler der Sowjetunion nach Kiew geordert. Und Dynamo hat den sowjetischen Fußball in kurzer Zeit neues Ansehen gegeben. Zumindest als Vereinsmannschaft. In wenigen Minuten werden die Mannschaften rauskommen. Der Blick auf die Stadiontafel verrät uns, ganz links, dass Franz Beckenbauer spielen wird. Sein Einsatz war heute Mittag noch fraglich im Trainingslager am Tegernsee. Heute spielt also Europapokalsieger der Pokalmeister Dynamo Kiew gegen den Europacup-Sieger, der Landesmeister, den FC Bayern. Die Ränge sind recht gut gefüllt im Olympiastadion. Ich vermute, dass es 35.000 Zuschauer sein werden. Der Supercup ist noch nicht so populär. Und Mannschaften aus dem Ostblock, die jetzt gerade in weißem Hemd und schwarzer Hose aus Kiew kommen, die sind hier nicht der große Begriff in Westeuropa. Angeführte FC Bayern, also von Kapitän Franz Beckenbauer. Der Supercup ist bisher zweimal gewonnen worden von Ajax Amsterdam. Im vorigen Jahr wurde er nicht ausgespielt, weil Pokalsieger FC Magdeburg verzichtet hatte. Dieser Zweikampf der beiden erfolgreichsten Klubs Europas heute Abend ist kein Pflichtprogramm, vielmehr eine Kür, freiwillig veranstaltet. Mitveranstaltet jedoch auch von der Europäischen Fußballunion. Damit ist der Wettbewerb durchaus offiziell. Und die UEFA, die Fußballunion, wird auch mitverdienen. Dem Sieger aus Hin- und Rückspiel winkt kein Pokal, obgleich vom Supercup gesprochen wird. Die beiden Mannschaftskapitäne Franz Beckenbauer und Viktor Kolotov. Schiedsrichter ist Sergio Gonella Italien. Ajax hat zweimal den Supercup gewonnen. Ajax wird ihn nicht freigeben, will ihn behalten. Und die UEFA, der Verband, wird dem Sieger nach dem Rückspiel am 6. Oktober in Kiew Medaillen verteilen. Weiße Hemden, blaue Hosen, also Dynamo Kiew. Die Mannschaft, die unmittelbar vor ihrer siebten sowjetischen Meisterschaft steht. Mit Abstand der erfolgreichste Klub der Sowjetunion. Die Aufstellung im Tor Rudakov, Abwehr, Konkov, Sujev, Fomenko der Libero, Reschko der Vorstopper, Troschkin, Damin, Slobodjan, Kolotov, Burjak und Blochin. Linksaußen, Blochin, ein Weltklasse-Mann, der derzeit wohl beste Linksaußen, zumindest in Europa. Anstoß zum Supercup zum ersten Mal mit deutscher Beteiligung. Der FC Bayern in seiner Standardbesetzung, so wie bei der Punkteteilung zuletzt in Gelsenkirchen beim 2 zu 2 am Samstag gegen den FC Schalke. Die Bank des FC Bayern, Rot noch in Reserve. Er hatte ein erstes Testspiel am Sonntag, das jedoch nicht ganz positiv endete. Slobodjan. Horstmann war das, der rechte Verteidiger. Jedenfalls von der Nummer her. Trainer Detmer Kramer und Mannschaftsmanager Oberg-Schwan. Klaus Wunder am linken Flügel. Bitte stören Sie sich nicht an den Rückennummern im Verlauf des Spiels. Die Rückennummern sind nicht nach taktischen Gesichtspunkten vergeben worden beim FC Bayern, sondern der Tradition entsprechend. Und aus traditionellen Gründen hat Klaus Wunder die Sieben. Fomenko, der Libero. Rudakov, der Nationaltorwart der Sowjetunion. Von der Statur, vom Athletischen und auch vom Stoischen her, wie man sagt, ein würdiger Nachfolger von Jaschin, der einmal Europas bester Torwart gewesen ist. Wie zu erwarten, Taktik der Sowjets vorsichtig spielen. Stritt in Wasser. Strr, Stui, Stru, Stru, Stru , Stru ! R Senhor, Stru, Stru, Stru ! Decken Bauer. StFeck, Stru, 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 Stru! Zum ersten Mal Beckenbauer mit über die Mittellinie. Und der Weltklasse-Mann am Ball, Oleg Blochin, gegen Schwarzenbeck. Erster Eckball im Spiel. Er zielt durch Oleg Blochin den Linksaußen, der aber nicht ausschließlich am linken Flügel zu finden sein wird. Er hat die Rolle der Sturmspitze. Er ist der einzige Spieler, der allein angreifende Aufgaben hier versehen wird. Guriak. Die Bank der Sowjets. Vasily Lubanovsky, der Vereinstrainer und Nationaltrainer hier im Vordergrund. Er ist erst 37 Jahre alt. Seit Anfang des Jahres Nationaltrainer. Er wäre in der Bundesliga der jüngste Trainer. Gerhard Müller. Konkow gegen Kappellmann. Sehr schön lang gespielt. Die Bayern werden es hier vermutlich mit Tempo wechseln versuchen. nachdem der Straßenk micong, bis zum nächsten Malen. Die Brπως wurde in fünf Matthäuschen ausgegründet. Dia werden es hier vermutlich mit dem HAS stalen wird. remedy Sie werden es hier vermutlich mit faireisen wird. assim bis zum nächsten Malen. St homeownersoren gegründeten hätten. Die Reservisten, Robe vom FC Bayern fürs Tor, Rot eventuell in der zweiten Halbzeit, je nachdem wie es läuft, Torstensen, Schuster und Seneca. Slobodjan, er ist überraschend anstelle von Muntjan, dem Spielmacher in die Mannschaft gekommen. Klaus Wunder. Klaus Wunder. Klaus Wunder. Rummenigge am rechten Flügel. Beckenbauer mit. Missratener Doppelpass von Rainer Zobel, das ist gefährlich, denn das lädt die Sowjets zu ihrer Spezialität ein, zu kontern. Aber Schwarzenbeck souverän in dieser Phase gegen den Weltklassemann Bloching. Buryak. Buryak. Der Kapitän. Kolotov. Dürrenberger sehr weit vorgezogen im Mittelfeld. Das ist nicht seine Stärke dort zu spielen. Mal abwarten. Abgefälscht. Abschließend. Vielen Dank. Sehr schön angeboten hatte sich auch Rummenigge. Am rechten Flügel, der rechts außen zurecht die Rücke Nummer 10. Normalerweise die Nummer von Uli Hoeneß, für den er in die Mannschaft gekommen ist, darum auch diese Nummer. Sepp Weiß, Nummer 6. Er soll heute gegen Boriak spielen, er hat ja Bremner ausgeschaltet im Europacup-Endspiel gegen Leeds. Das ist eine Spezialität von ihm. Alle Sowjets vor dem eigenen Strafraum. Dürrenberger, Beckenbauer. Und wieder Kontergefahr. Schiedsrichter hat nicht gepliffen. Konkopf. Sehr geschickt gemacht von Georg Schwarzenbeck gegen Blochim. Die Routine des Weltmeisters. Schon sind alle Dynamo-Spieler wieder in der eigenen Hälfte. Es wird das Problem der Bayern sein, die gegnerische Abwehr, die massierte Abwehr auseinanderzuziehen. Müller, Wunder, nein, es war Kapellmann und Kontergefahr. Schade, dass Klaus Wunder nicht ganz aufgepasst hatte auf diesen herrlichen Steilpass von Beckenbauer. Durch solche Tempowechsel kann man nämlich die Sowjets eventuell packen. Beckenbauer ein. Vielen Dank. 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 Nice. Lochen gegen Schwarzenbeck. Vielen Dank. Es ist das große Abtasten in den ersten 15-20 Minuten beim Supercup-Spiel zwischen dem FC Bayern München, dem Europapokalsieger der Landesmeister und Dynamo Kiew, dem Europacup-Sieger der Pokalmeister. Ecke für den FC Bayern. Die Sturmspitze am eigenen Strafraum. Viel Pass. Müller hat es sehr schwer, sich gegen Reschko zu lösen. Reschko kennt ihn aus drei Länderspielen. Rummenigge. Leider sein Abschluss. Er ist in den guten Ansätzen noch etwas zu unkonzentriert. Aber das bringt Schwung ins Spiel des FC Bayern. Er ist in den Hang der Tür gezeigt, Sie bieten sich in der Offensive hervorragend an, die sowjetischen Spieler. Blick ab für den FC Bayern, denn da ist ganz klar gestartet worden. Einwurf Troschki. Ecke. 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 Bruch durch den gegnerischen Abwehrblock vorbereiten. Hast bringt keinen Erfolg. Das haben diese ersten Minuten gezeigt. Dürrenberger. Freistoß gegen Rainer Zogel. Blochin hatte seinen Bewacher Schwarzenbeck versucht vom Ball zu drücken. Schiedsrichter Grunella Italien mit allen Feinheiten des Fußballs offenbar vertraut. Dürrenberger in der vorgeschobenen Position im Mittelfeld. Er kommt dort nicht so zurecht bisher, als wenn er als linker Verteidiger von hinten marschieren kann. Achtung! Auch in dieser Phase ist die Spielweise von Dynamo Kiew ganz deutlich geworden. Der plötzliche Gegenstoß. Einer ist immer da. Der Rasen hier im Olympiastadion ist leicht feucht. Die Abendfeuchtigkeit und damit besonders rutschig. Wer hat sich da verletzt? Das ist Kulotov. Ausgehend von Torwart Ruderkow spielen die Sowjets nach oben. Vielen Dank. Paul West gegen Weiß, dann gegen Kapellmann. Freistoß für Kapellmann, der man der Unruhe stiften soll vor dem Strafraum. Müller löst sich. Die beiden haben ein gutes kameradschaftliches Verhältnis. Sie haben sich in drei Länderspielen gegenübergestanden. Gerd Müller hat Rudakow bisher sechsmal gezwungen. Und wieder kommt er vom Hinterhalt, Blochim. Überall zu finden, nie stur vorne anspielbar. Er versteckt sich sozusagen. Schüsse aus der zweiten Reihe wie von Jupp Kapellmann beleben dieses Supercup-Spiel, in dem bisher sehr gepokert worden ist. Zufrieden sind die beiden Herren noch nicht. Dynamo immer noch nur mit zehn Spielern. Kapitän Kolotov wird weiterhin am Rande des Spielfeldes behandelt. Kapitel 2 Hier haben wir den verletzten Mannschaftskapitän aus Kiew. Er scheint aber weiterspielen zu können, die Schuhe werden angezogen. Da hat Horstmann die Hand zu Hilfe genommen. Freistoß für die Mannschaft von Lubanowski, dem Trainer. Er ist schon 33 Jahre alt, international sehr erfahren. Dürrenberger. Sehr schön hat Schwarzenbeck den Weg abgeschnitten. Bisher kommt er im Zweikampf gegen den Weltklasse-Linksaußen gut zurecht. Müller-Doppelpass-Beckenbauer. Wieder auf Müller. Müller-Doppelpass-Beckenbauer. Blochin. Und der Kapitän kommt wieder ins Spiel. Immer noch Blochin. Die Bayern scheinen sich auf das steile Spiel von Dynamo eingestellt zu haben. 30 Minuten 0 zu 0. Sollte es Ihnen noch langweilig sein zu Hause, meine Damen und Herren, hier im Stadion herrscht Spannung. Bitte verfolgen Sie einmal, welche Probleme sich dem FC Bayern stellen, um durch diese Abwehr durchzukommen. Prima, Kloss, Wunder. Kloss, Wunder. Kloss, Wunder. Kloss, Wunder. Kloss. Kloss, Wunder. Kloss, Wunder. wenn man schnell macht. Dynamo Kiew gehört zu den Mannschaften, die schussstark sind. Schusskraft hat man zuletzt ja bei sowjetischen Mannschaften, in deren Misere in den vergangenen Jahren oft vermisst. Dynamo ist die große Ausnahme in der Sowjetunion. Die Mannschaft mit den absolut meisten Toren. Eckball durch den Spezialisten, durch Buryak. Dritte Ecke für Kiew, eine gegen Bayern bisher. Vierte Ecke. 4 zu 1 Ecke. Und wieder kommt der Spezialist Buryak. Das ist der Trainer. Das ist der Trainer. Das ist der Trainer. Das ist der Trainer. Sehr schön, der Nachschuss von Horstmann. Der kämpfende Kapitän Franz Beckenbauer. Heute Morgen war es noch fraglich, ob er spielen kann. Er hat ja seit Wochen eine Reizung an der Achillessehne. Er ist hier ermahnt worden, er hat angeblich den Fuß hineingehalten. Die Rückennummern spielen heute Abend für die Position beider Mannschaften kaum eine Rolle. Paul von Kolotow an Rainer Zobe. Es wird sehr fair, aber auch sehr hart gespielt. Wir haben Berger. Müller. Fünf Abwehrspieler um ihn versammelt. Dürrenberger, er beherrscht den Schuss aus der zweiten Reihe. Normalerweise linker Verteidiger, heute in einer taktischen Rolle im Medelfeld. Immerhin fehlt dem FC Bayern ja ein Uwe Hoeneß, der morgen früh wiederum am Miniskus operiert werden wird. Dynamo weicht keinen Millimeter vom Konzept ab. Er schottet die frickung halft. Verteidig. Miluka. Er ging mit. Hier bin ich natürlich nicht. Hier bin ich. Er ging mit. Er ging mit. Selbst ber Karriker bin. Mit mir über die Ecke ist . Und da geht er ab. Zu weit vorgelegt. Ausgesprochene Sprinter in der Mannschaft aus Kiew. 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 die noch so geschickt angesetzt sind. Rechts außen, Rummenigge, gefällt mir besonders gut. Durch seine Schnelligkeit, durch seine Sprungkraft, er bringt sehr viel Athletik ins Spiel. Rummenigge. Wettmar Kramer wird Ruhe bewahren müssen, seine Mannschaft muss in aller Ruhe aufbauen. Wieder Rummenigge. Gegen zwei, gegen drei, Beckenbauer, Dürrenberger. Das Spiel wird sich erst ändern, wenn hier dem FC Bayern ein Tor glücken sollte. Vorher bleibt es interessant zu beobachten, wie die Bayern den Weg finden zum gegnerischen Tor. Mit Beckenbauer. Klaus Wunder. Freistoß für Dynamo. Nein, Entschuldigung, natürlich für den FC Bayern, für Klaus Wunder. Klaus Wunder. Rainer Zogel, sehr kopfballstark. Er hat ja einige Tore erzielt in der Bundesliga zuletzt. Und Schalke kam er so zum Ausgleich. Und hier wird weiter verzögert. Beckenbauer, sehr offensiv. Wunderbarer Direktschuss. Noch einmal Beckenbauer, Slupfer. Und Rainer Zogel. Der Ball schien mir vom Torwart berührt zu sein. Es hätte also eine Ecke geben müssen. Der Kappellmann. Es wird weiter gespielt. Vier gegen vier. Aber Zogel ist zurück, damit wieder numerische Überlegenheit der Bayern in ihrer eigenen Hälfte. Vier gegen vier. Vier gegen vier. Vier gegen vier. Vier gegen vier. Ölg represents great daar. Vier gegen vier. Vier gegen vier. Vielen Dank. Die Mannschaft um Kapitän Beckenbauer hat bisher ein ausgezeichnetes Kampfspiel gezeigt. Die Mannschaft um Kapitän Beckenbauer hat bisher ein ausgezeichnet. Die Mannschaft um Kapitän Beckenbauer hat bisher ein ausgezeichnet. Die Mannschaft um Kapitän Beckenbauer hat bisher ein ausgezeichnet. Die Mannschaft um Kapitän Beckenbauer hat bisher ein ausgezeichnet. Dürrenberger, wenn er von hinten rauskommt, läuft es besser für ihn. Da war er mit dabei, Oleg Blochin, der erfolgreichste Torschütze der Sowjetunion. 0 zu 0 nach den ersten 45 Minuten. Und eines ist sicher, meine Damen und Herren, der FC Bayern hat heute Abend einen absolut erstklassigen, internationalen, erfahrenen Gegner gegen sich. Ich bin gespannt, ob Kapitän Beckenbauer und seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit noch offensiver werden, ob sie noch mehr riskieren gegen diesen Konterspezialisten aus Kiew. Zunächst aber einmal aus dem Olympiastadion in München zurück, direkt in unsere Heute-Redaktion. Zu 0 im Olympiastadion zu München im ersten Supercup-Spiel mit deutscher Beteiligung. Die Stimmung ist nicht schlecht. Die Zuschauer sind erwartungsfroh. Sie rechnen damit, dass der FC Bayern jetzt weiterhin das Angriffsspiel forcieren wird. Allerdings auf Kosten der Sicherheit. Die Bedeutung dieses ersten Supercup-Spiels auf deutschem Boden wird auch deutlich, dass unter den Zuschauern Günter Netzer ist mit seinem Real-Trainer aus Madrid, Miljanic. Die beiden sagen sich, hier gibt es Mannschaften der europäischen Spitzenklasse zu beobachten. Sie haben diesen Dienstagabend ausgenutzt, denn sicherlich werden sowohl der FC Bayern wie auch Dynamo Kiew in den nächsten Wochen im Europapokal mitsprechen. Am kommenden Mittwoch ist ja der erste Europapokal-Wettbewerbstag. Der FC Bayern muss dann nach Luxemburg. Der Gegner heißt Esch. Die Mannschaften kommen wieder auf den Platz. Beim FC Bayern gibt es eine Veränderung. Franz Roth wird ins Spiel genommen mit der Rückennummer 12. Ich vermute, er kommt anstelle von Dürrenberger, denn Dürrenberger ist mit seiner neuen Mittelfeldrolle ja nicht klargekommen. Die Einnahme des heutigen Abends gehört dem FC Bayern München, nachdem 10% für den Mitveranstalter für den Europäischen Fußballverband abgezogen werden, nachdem von der Fernseheinnahme die Europäische Fußballunion 25% einspielt. Die Rückspielbörse am 6. Oktober im Zentralstadion in Kiew in Rubeln gezahlt, gehört dann ganz dem sowjetischen Meister. So sind die freien Vereinbarungen zwischen beiden Vereinen getätigt worden. Die Kiefer Mannschaft ist ja erst nach einer Aufforderung durch den FC Bayern zu diesem Supercup-Spiel bereit gewesen. Die Bestätigung durch den Stadionssprecher Franz Roth im Spiel. Kiew unverändert. Anstoß zur zweiten Halbzeit für Dynamo Kiew. Schutzrechter Gonella Italien. Und jetzt kommen sie, die Bayern. Rot. Gefährlich immer wieder diese Schüsse, die die Sowjets ansetzen aus der zweiten Reihe, in diesem Falle durch Konkow. Beckenbauer. Und alles wandert in die Hälfte von Dynamo. Müller. Zum ersten Mal durchgesetzt. Es war Weiß. Schwarzenbeck. Dann Müller. Gegen seinen Bewacher Reschko. Und Sepp Weiß. Sofort hingen wieder zwei Gegner an. Rummenigge war weggeschoben worden von Sujev. Fritz Walter ist auch da. Viel Prominenz also auf der Stadiontribüne in München. Der kleinste Fehler führt bereits zum Ballverlust. Das war ein bisschen zu steil, dieser Konteransatz, bei dem Konkow seinem Linksaußenblock in zur Hilfe kommen wollte. Franz Roth. Er kann Kraft, er kann vor allem Schüsse aus der Distanz zu diesem Spiel beisteuern. Mit sechs Angreifern. Troschkin war das. Taktisch äußerst diszipliniert Dynamo Kier. Wieder Franz Roth. Vielleicht sollte Rummenigge den Raum bis zur Eckfahne ein wenig mehr ausnutzen. Das heißt also, hier ein Rechtsaußenspreden. Doch das kostet natürlich sehr viel Kraft, zumal ja sofort der gegnerische Abwehrspieler dazu kommt. Kappel. Kappel. Abseits. Ich muss mich korrigieren, er hat es ein Handspiel gegeben. Freistoß also für den FC Bayern. Franz Roth mit dem ersten Versuch. Hoffentlich kann er nach seiner langen Verletzung, nach der schweren Zerrung, die zweite Halbzeit gesund durchstehen. Und Rudakov bleibt bei seinem Stil. Und Rudakov ist eine große Herausforderung. Slobodjan. Wieder Slobodjan. Jeder sowjetische Mittelfeldspieler ist bereit mitzukommen, wenn die Mannschaft den Ball führt. Günter Netzer und sein Trainer mitten im Bild hier, Miljan Miljanic. Sonderbeifall für Franz Beckenbauer, aber Gerd Müller allzu sehr abgeschirmt. Die Sowjets kennen ihn ja aus den verschiedenen Länderspielen. Zur Eröffnung des Olympischen Stadions hat Gerd Müller hier gegen die Nationalmannschaft der Sowjetunion vier Tore erzielt. Beim Europacup-Endspiel 1972 ein paar Monate später noch einmal zwei gegen Rudakoff. Und beim letzten Länderspiel-Sieg beim 1 zu 0 in Moskau war Müller wiederum der einzige Torschütze. Und Dynamo ist ja gleich sowjetische Nationalmannschaft. Rot. Ganz klar, was ihm Trainer Detmar Kramer gesagt hat, schießen aus der zweiten Reihe. Vielleicht hat er mal Glück. Er hat ja schon manches Europacup-Spiel, manches Bundesligaspiel mit seiner Kraft entschieden. Schwarzen Decke fällt mir ausgezeichnet. Rot. Die Sowjets versuchen in der Nähe der Mittellinie schon den Bayern den Entwicklungsraum zu nehmen. Das macht das Spiel so schwer hier heute Abend. Rummeniggen. Er drückt zu sehr nach innen, da ist kein Raum. Beckenbauer. Freistoß. Was die Bayern dringend brauchen, ist hier ein Tor, um das Spiel zu öffnen. 52 Minuten gespielt. Freistoß für den FC Bayern. Beckenbauer. Er lässt sich durch die Pfiffe nicht beirren. Es ist internationale Erfahrung. Geist! 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 freistoß für den FC Bayern die Freistöße häufen sich jetzt ein Zeichen für die Härte der Zweikämpfe Kapellmann Beckenbauer Beckenbauer Freistoß gegen Udo Hobsmann Lockheed Lockheed Beckenbauer 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 Schwarzenbeck wird immer wieder fabelhaft fertig mit Oleg Blochin, der von seiner Weltklasse Stärke hier nur Andeutungen hat geben können. Beckenbauer 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 Auch Klaus Wunder drängt vom linken Flügel zu sehr nach innen. Klaus Wunder drängt vom linken Flügel. Klaus Wunder drängt vom linken Flügel. Auf der Tribüne Frau Beckenbauer, neben dem Hausarzt rechts Dr. Köhn Lechner, der Franz Beckenbauer in den letzten Tagen immer wieder mit Spezialsalben versucht hat fit zu machen. Und über Beckenbauer läuft das Spiel des FC Bayern immer wieder. Rummenigge. Jetzt geht er bis zur Auslinie. Da fehlte das letzte Fünnchen Kraft. Es wird hier auch deutlich, meine Damen und Herren, es gibt keine Ecke für den FC Bayern, sondern Abschlag vom Tor der Mannschaft von Vasily Lubanovski, dem 37-jährigen Nationaltrainer der Sowjetunion und dem Trainer der damit identischen Mannschaft von Dynamo Kiew. Es wird auch deutlich, dass die Sowjets, wie man so schön sagt, voll im Saft stehen, mitten in ihrer Saison sind, zwei Drittel der Spielzeit hinter sich haben, mit zehn Punkten Vorsprung, wie könnte es bei einer Nationalmannschaft anders sein, in der Tabelle führen, während der FC Bayern ganz jung in der Saison es sechs Bundesligaspieltage hinter sich hat. Ich bin gespannt, wie die Kräfte der Bayern hier reichen. Schließlich hat die deutsche Mannschaft das Spiel gemacht. Zobel. Präzise zurückgeflankt. Sehr schön. Weiß und rot. Da fehlte ein halber Meter, dann wäre Rainer Zobel angespielt gewesen. Dieses riskante Direktpassspiel der Bayern am Strafraum der Sowjets wäre ein Weg durch diesen Abwehrblock, denn es verwirrt ja zugleich. Bloch ihn leicht angeschlagen durch Schwarzenbeck. Schwarzenbeck hat sich sofort entschuldigt. Troschkin. Und da ist er wieder, Bloch ihn. Und da ist er wieder, Bloch ihn. Klaus Wunder, das war ein Weg zum Tor des Gegners. Stahlpass Beckenbauer, direktes Abspiel von Horstmann. Und Wunders Schrägschuss. Dettmar Kramer hat bisher noch keinen erfolgreichen Linksaußen-Klaus Wunder gehabt. Seit Wunder in der Mannschaft von Dettmar Kramer spielt seit Anfang dieses Jahres, hat der Linksaußen, früher MSV Duisburg, noch kein Tor für den FC Bayern erzielt. Und wieder Klaus Wunder, Franz Roth. Kapellmann brasselt sich durch. Und Roth! Abgefälscht! Der Druck verstärkt sich. Die Bayern steigern das Tempo. Kapellmann. Roth. Müller macht ihm die Schussbahn frei, aber der bewachende Vorstopper Reschko fälschte den Ball ab. Dennoch gibt es nur einen Abstoß vom Tor der ukrainischen Mannschaft. Proteste von den Rängen. Mehr als eine Stunde gespielt im Supercup, immer noch 0 zu 0. Beckenbauer Tempo. Technisch sind alle sowjetischen Spieler perfekt. Wieder Beckenbauer. Jedes Mal ist Buryak bei ihm. Rainer Zobel. Diszipliniert diese Mannschaft aus der Ukraine. Faul an Roth. Blochin gegen Schwarzenbeck. So schnell ist er. Nur ein Dynamo-Spieler folgt mit. Blochin darum allein. Tor! Da haben sie die Weltklasse dieses Linksaußen gesehen. Oleg Blochin erzielt gegen drei Abspieler des FC Bayern nach 65 Spielminuten das 1 zu 0. Blochin, Torschützenkönig der Sowjetunion in den letzten drei Jahren, in den letzten beiden Jahren Fußballer des Jahres. Das, was Detmar Kramer befürchtet hat, ist jetzt in der 66. Minute eingetroffen. Dynamo führt 1 zu 0. Nachdem der FC Bayern jetzt über eine Viertelstunde lang, ja man muss gerechterweise sagen, das ganze Spiel über versucht hat anzugreifen. Und der nächste Konter. Troschkin. Wieder ist Blochin mit vorn. Schwarzenbeck bei ihm. Eckball für Dynamo Kiew. Auf diese Weise hat vor einem Jahr Eintracht Frankfurt im europäischen Pokalwettbewerb gegen Dynamo Kiew auch verloren. Durch schnelle Konter gegen Ende des Spiels. Trainerweise von der Frankfurter Eintracht, mit dem ich gestern telefoniert habe, hat sehr gewarnt vor dieser Mannschaft. Zu Recht, wie wir hier erleben. Ekeburiak. Sepp Mayer nicht so sicher heute. Sehr wenig beschäftigt allerdings. Mit schwierigen Bällen zudem. Jetzt müssen sich die Bayern wieder sammeln. Offensive verlangt der Trainer Lubanowski. Defensive, Entschuldigung. Zurück bringt er alle Spieler. Ihm scheint das Tor zu reichen. gelbe Karte, ganz Gregory. Auf December, der sieben belastet. нажimpft man in der Seite. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Und dann Bennum auf die gesamten Beige. Kamera zu reichen. Auch einmal juntos. 41 mal umdessen. Und dann geht es Pierliche Monaco. Und dann kann es auch noch ein paarfolk-Meter für haben die spannende thyme. Die beidenераLe GUYo machen den bisher weiter. Gelbe dieser Baison. Und das istyou. Und das ist nach einer mannезжiges Jazm sig digest łants. den Franz Beckenbauer. Das ist sehr ärgerlich. Immer wenn er so lächelt, dann brennt es in ihm schrecklich. Dreistuss für Dynamo Kiew. Zobel hatte Kolotov erwischt bei seinem Abwehrversuch. Koryak. Kiew. Jetzt kriegt er einen Freistoß vom Tor von Sepp Mayer. Nach meiner Meinung hat er den ausgeführt. Kiew. Applaus Rummenigge ist unglücklich auf die Kunststoffbahn gefallen. Es gab eine gelbe Karte gegen Konkow. Gegen harten Spiels, zu harten Spiels. Wieder diese Antrittsschnelle und dabei ist Franz Roth der Gegenspieler von Troschkin der schnellste des FC Bayern. Und das hat sich hier positiv ausgewirkt. Hand. Müller kommt jetzt mehr mit aus der Tiefe. Wunder. Rummenigge hatte Franz Beckenbauer gemeint. Wieder Spiel in einer Hälfte. Reichstoß. Kapellmann revanchiert sich bedauerlicherweise. Er ist nun mal ein Hitzkopf. Es war ein ganz klares Foul des Dynamo-Spielers. Es war bereits gepfiffen. Wieder der Torjäger. Bloch ihn. Dynamo Kiew spielt hier hervorragend im Fußball. Das darf gesagt werden. Hoffentlich lassen die Kräfte des FC Bayern jetzt nicht allzu sehr nach. Bei den Sowjets werden sie sicherlich nicht nachlassen. Gourouiak. Doppelpass, sehr schön. Beckenbauer bringt Tempo. Auf engstem Raum wieder Beckenbauer. Aber zählen Sie, wie viele weiße Hemden da hinten stehen. Das war drei Viertel der Mannschaft. Rot, Fußabwehr von Rudakow. Endlich ein gelungener Schuss aus der zweiten Reihe. Mit dem linken Fuß, wie ein Hallenhandball-Torwart. Die letzten 15 Minuten im Supercup. Müller. Doch einige Verwirrung in der Dynamo-Abwehr, wenn die Bayern so schnell so direkt spielen. Pfiffe gegen Sujev, weil er den Ball weit in die Tribünen geschlagen hat, um Zeit zu gewinnen. Zeit zur Besinnung. Schwarzenbeck, einer der besten Bayern. Weiß zuverlässig heute. Und Beckenbauer. Kapellmann. Oft am Ball. Sehr flink. Versucht den Gegner zu verwirren. Ein großes Laufbensum. Wunder von rechts. Hart Müller völlig abgeschirrt. Beifall für Schwarzenbeck. Schwarzenbeck. Rollenboden. omm祝ern, Weihnachten. Amen. Dichter sagtcht, Wunderbar, wie die Mannschaft aus der Defensive ihre Gegenstöße vorbereitet. Übers Lobodjan. Eckball. Und der siebte, gegen zwei der Bayern, weggegangen. Die Bayern werden dieses Spiel heute Abend als Standortbestimmung für sich, für ihre Leistungsstärke in dieser für sie noch so jungen Saison. Gegen diesen internationalen Brocken, Dynamo Kiew, die sowjetische Nationalmannschaft, wird deutlich, was in Europas Spitze gefordert wird. Rot. Rummenigge. Er stachelt sie an, er schreit sie an. Slobodjan, perfekt. Applaus Foul, schwarzen Deck war das gegen Oleg Blochin. Es sieht nach einem Tritt aus. Ja, ein Tritt links unten in die Waden. Sehr nervös, der junge Trainer, obgleich es doch 1 zu 0 für ihn und seine Mannschaft steht. Aber bei Lubanovski liegt ja der Aufbau des sowjetischen Fußballs. Nach dem Krisenjahr 1974, ein Jahr ohne Sieg der Nationalmannschaft, liegt jetzt das Vertrauen ganz bei ihm und bei Dynamo Kiew. Oleg Blochin zunächst vom Platze. Fortz! 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 ٹ Freistoß, der Dynamo Spieler hatte gegen Weiß gestoßen. Er kommt wieder, Lochin. Er kommt wieder, Lochin. Er kommt wieder, Lochin. Sehr viel Mühe für Sepp Meyer bei diesem Waldschuss von Slobodjan. Oleg Blochin, der Torschütze in der 66. Minute zum einzigen Tor bisher. Der bisherige Spielverlauf gibt der sowjetischen Mannschaft recht zu dieser taktischen Marschroute, wenngleich sie natürlich nicht sehr publikumswirksam ist. Aber das ist man ja bei Auswärtsmannschaften gewöhnt in letzter Zeit. Schwarzenbeck. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Es gelingt doch im Tempospiel zu viel daneben bei den Bayern. Es scheint immer ein weißes Hemd mehr zu sein. Wieder rot war das. Er drückt immer wieder nach innen, Karl-Heinz Rummenigge, noch nicht 20 Jahre alt. Zogel. Und der Kapitän marschiert. Es werden immer wieder viele Zweikämpfe verlor. Rummenigge. Und Klaus Wunder. Gerd Müller hat sich verletzt bei diesem Versuch, den vom Torwart abprallenden Ball zu erwischen. Offensichtlich am linken Schienbein. Und Detmar Kramer ist mit wehenden Rockschößen besorgt unterwegs. Hier haben wir die Situation. Müller. Ja, er prallt gegen den Unterschenkel des sowjetischen Torwarts. Ecke kommt rein. Müller wieder da. Clever diese Mannschaft. Dynamo hat in der sowjetischen Meisterschaft nur zweimal gewonnen. Verloren, Entschuldigung, verloren, führt mit 10 Punkten Vorsprung. Rot. Rot. Die letzten drei Minuten im Olympiastadion zu München. Und bewundernswert, mit welcher Energie der FC Bayern immer wieder versucht, diesen Block zu sprengen. Es steht nach wie vor 1 zu 0 im Supercup für die Mannschaft aus Kiew, die identisch ist mit der sowjetischen Nationalmannschaft. Klaus Wunder. Beckenbauer, festgehalten Vorteil. Müller. Doppel, Doppel, Doppelpassversuch und Freistoß für den FC Bayern. Wenn es kritisch wird, dann kommt unsauberes Spiel bei der sowjetischen Abwehr. Kurzer Uhrenvergleich. Drei Minuten exakt hier im Supercup-Spiel. Ausgleichschance für den FC Bayern jetzt durch diesen Freistoß aus 20 Metern Erfernung zum Tor von Dynamo Kiew. Bereit stehen Beckenbauer und Franz Roth. Angetäuscht, Beckenbauer. Täuschungsmanöver. An der Mauer vorbei. Ein herrlicher Spannschlag. Glücklos. Das Konzept dieser perfekten Mannschaft, wollte ich sagen, scheint sich zu erfüllen. Aber da ist Gerd Müller, wie immer in den voranliegenden 89 Minuten, abgeblockt. Gerd Müller hatte mit den schwierigsten Stand heute in seiner Laufbahn. Man muss allerdings sagen, dass er in der Drehung nach seiner Verletzung, nach der Zerrung in der frühen Meisterschaft, noch nicht wieder so explosiv ist, wie zu Anfang. Freistoß, Ruderkopf behindert. Wir haben ein hochinteressantes Spiel gesehen im Olympiastadion heute Abend, meine Damen und Herren. Ich glaube, da stimmen Sie mit mir überein. Eine erstklassige Mannschaft aus Kiew. Einen FC Bayern München, der immer wieder versucht hat, gegen die disziplinierten Sowjets, mit Alleingängen wie Rot, mit Pokerspiele im Mittelfeld, mit Angriffsvorbereitung in Ruhe durch diese Abwehr zu kommen. Und der immer wieder aufmerksam den Kontern sich entgegenstemmte. Bis auf einmal, ein einziges Mal, hatte sich Oleg Bloching durchzusetzen gewusst. Und da hat der Rekordschütze der Sowjetunion das 1 zu 0 erzielt. Die letzten Sekunden. Die reguläre Spielzeit ist zu Ende. Das Ende. Der Torschütze noch einmal einen Ball durch ein Tor von Oleg Bloching. Den gewinnt der sechsfache sowjetische Meister, der werdende siebte Meister, Dynamo Kiew 1 zu 0 hier im Olympiastadion in Berlin. Natürlich Unzufriedenheit beim FC Bayern, der nahezu über 90 Minuten sehr tapfer, sehr energiegeladen das Spiel gemacht hat. Der aber letztlich keinen Weg durch diese disziplinierte Mannschaft aus der Sowjetunion gefunden hat. Ähnlich wie vor einem Jahr die Frankfurter Eintracht, so hat es jetzt auch für den FC Bayern durch Dynamo Kiew eine Heimniederlage gegeben. Das Rückspiel am 6. Oktober im Zentralstadion von Kiew wird sicherlich ganz anders aussägen. Da werden die Sowjets ganz gewiss eine andere Marschroute trotz ihres Hinspielerfolges einzuschlagen haben. Ob der FC Bayern dann stärker zur Geltung kommen kann, mehr Spielraum findet, als auf dem herrlichen Rasen des Olympiastadions, bleibt abzuwarten. Nach einem interessanten... ...